Wir haben jetzt schon wesentlich später, 13.38 Uhr, ich bin mit dem Kanal doch nicht so gut klargekommen. Immer wieder habe ich ein Dead End gehabt, also bin eine Strecke gefahren und muss dann zurückfahren. Und dann hätte ich auf die rechte Seite rüber wechseln müssen, das heißt die ganze Zeit die Sonne. Und auch so, naja, ging besser. Also geht besser, deswegen dachte ich mir, lässt den Kanal erstmal sein, bevor du dich immer wieder korrigieren musst. Und dann hat die Hitze jetzt endgültig zugeschlagen, aktuell haben wir irgendwie 37, 38 Grad in der Sonne. Also ich habe zwei weitere Pausen eigentlich, wobei ich bei einer mich für 10 Minuten hingelegt habe. Ich bin jetzt Revierpark Nienhausen. Ich werde das Ziel auf jeden Fall erreichen. Ich hatte kurzzeitig, als ich da lag, überlegt, ob ich nicht doch in Gänzenkirchen in den Zug schreibe. Aber nein, ich habe keine Geschwindigkeit, die ich einhalten muss. Ich fahre jetzt gemütlich auf schattigen Wegen und ich schaffe das. Ich bin ein Lange, bezogen auf Lannister, wenn du verstehst. Ja gut, ich melde mich nochmal, wenn ich das Ortseingangsschild Essen sehe. Also Essen statt Kern und ich denke mal, dann werde ich Endbilanzen geben. Im Moment, achso ja, kann ich noch sagen, fahre ich schon 5 Stunden 29 Minuten auf dem Fahrrad. 92,83 Kilometer. Also mit den ganzen Umwegen und Korrekturwegen doch wesentlich mehr, als ich dachte. Aber wenn ich das schaffe, dann klopfe ich mir auf die Schulter, ohne dass ich dabei umfalle beim Schulterklopfen. Also wie gesagt, ich behalte mich gleich nochmal.